So, dann sollten wir vielleicht auch erwähnen, dass wir Scheiße gebaut haben. Dass du Scheiße gebaut hast. Ja, das ist deine Schuld, dass jetzt die Hälfte fehlt. Es fehlt nicht die Hälfte, es fehlen ungefähr 40, 50 Minuten, anwalt nichts verschwunden sind. Vor allem, ich habe ja vorher noch einen kurzen Test gemacht, ob das alles funktioniert und da hat es funktioniert. Und ja, aber im Hintergrund hat es dann nicht wirklich funktioniert. Ich habe dann geguckt in den Scheißordner und ja, da war nichts drin. War ein bisschen, ja, ja, auf jeden Fall ärgerlich. Weniger Arbeit, aber ärgerlich. Ja, wir sind jetzt halt ein bisschen weiter, ein kleines bisschen übersprungen, aber naja. Weiß nicht, was mein Charakter da gerade macht, aber ich klicke gerade hier diese Dinger weg, deswegen... Ach so. Ich hätte mich einfach mal von mir haben können, wie ich länger schneller wegkriege. Aber ich schaffe es nicht. Wir könnten gleich, glaube ich, wieder zum Weihnachtsmann gehen und unseren Bambi wiederholen. Ja, müsste eigentlich so weit sein, stimmt. Aber wenn wir einen Bambi haben, ne, wenn ich mich nicht täusche, ist dieses Bambi dafür da, dass wir besser oder schneller Socken finden. Das heißt, wir haben mit dem... Ne, äh, das ist nur, wenn wir das Bambi nicht haben, dann kriegen wir keine Socken. Ja, und deswegen müssen wir in den zwei Stunden, wo wir einen Bambi haben, ziemlich viele oder die ganze Zeit versuchen, die Monster zu killen, damit wir auch viele Socken in den zwei Stunden kriegen. Weil es bringt nichts, wenn wir einen Bambi haben und dann die ganze Zeit hier zu den Leuten laufen, dann da hinlaufen, alles möglich, verstehst du? Ja. Das ist an der Zeit, die uns verloren geht. Hast du mit dem Stadtwächter geredet? Mache ich gerade. Weil der leuchtet bei mir. Ja. Ich habe gerade für nichts irgendwas bekommen. Jetzt habe ich Bier zum Hauptmann bekommen. Das ist anscheinend die Quest, die mir gegeben hat. Ja, der Hauptmann, ähm, das... Da müssen wir, glaube ich, einen Methenstein zerstören. Glaube ich, dass es die ist. Aber müssen wir langsam schaffen. Wir können aber kurz zum Weihnachtsbaum fragen gehen. Ja. Ob er einen Reek geht, wie man das hat. Oh, hier ist ein Miliner aus dem Blauen Reich. Ja, aber der ist auf einem falschen Channel. Kennt ihr, Junge. So kann ich ihn nicht töten. Ja. Ne, doch. Ich habe schon, ich habe meinen Bambi-Siegel schon. Der ist Level 1, der hat Angriffsschutz. Ja, aber der kippt um, deswegen wundere ich mich. So, ich habe meinen Bambi abgeholt. Also, meinen Bambi-Siegel habe ich jetzt. Klar, dass die verbliebene Zeit nicht nur für die Zeit gilt, wo der Bambi draußen ist, sondern für allgemein. Wer den Siegel hat. Der Dreh in der Münze wartet ein weiteres, Bambi-Junges. Ja. Läuft die Zeit von dem Bambi auch weiter, wenn wir das nicht aktiv haben? Werde ich jetzt sehen. Ich gehe jetzt. Wir gehen jetzt noch schnell zum Hauptmann. Ich hoffe nicht. Ich hoffe es. Also normal. Doch, die Zeit läuft ab. Ja, dann können wir es ja auch ausfüllen. Ohne aktiven Bambi. Das stört mich total. Er ist aber so süß. So süß. Oh, ist das süß. Ich will mit dem Wittlwinn schänzen, glaube ich. Oh, ist das süß. Oh, ich fang gleich dazu weinen. Hauptmann. Hauptmann. Wie viele Socken braucht der Weihnachtsmann? Ich habe noch zwei von gestern. Fünf. Fünf. Hier, du sollst mit dem Hauptmann reden. Ja, ich hatte gerade Luft. Ach, nee. Ja, das ist eine Aufgabe, die machen wir auch später. Ähm, je nachdem, wo ist denn der Hauptmann? Wo stehst denn du? So oben. Äh, hier hinten. Richtung. Ah, da. Wo ist der Hauptmann? Da hinten. Da lang. Ach, da. Ach, der. 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 Ja, was für ein Text. Ja. Ja, dafür müssen wir wieder nach dem Gebiet, habe ich das Gefühl. Ja, das machen wir auch später. Jetzt haben wir schon drei Besten für die Map 2 und das machen wir dann später alles zusammen. So, und wo bist du jetzt schon wieder? Ich bin hier vorne bei den ganzen Monstern. 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 Werde ich zwar nicht, aber ich metze auch ein paar Monstern ab. Ja, müssen ja, ich will die Socken haben. Ich glaube keine. Ich habe zwei, aber die sind nur von gestern. Ja, ich glaube, von gestern auch noch eine, aber zu Hause habe ich keine, weißt du. Vielleicht kann ich mir die ja von, ähm, die zu Hause schicken lassen. Ach so, ja, so vielleicht. Aber ganz ehrlich, der Hund macht mich hier irre, ey. Der läuft hier durchs Zimmer. Und wo bist du jetzt? Ach, da hinten. Und wo bist du jetzt? Äh, was haben wir denn für den Quests offen? Äh, ja. Äh, rote Keiler töten. Also ich zumindest. Also ich, also ich muss auf jeden Fall, äh, hungrige rote und, äh, und? Ich muss nur hungrige rote und, äh, was ist das hier? Ein Moment. Alpha blaue Wölfe. Ja, ich muss hungrige rote und rote. Also dann gehen wir zum Biologen. Da sind die. Meistens. Hungrige rote und alpha blaue Wölfe. Ne, hungrige nicht, normale alpha blaue Wölfe. Aber hab ich auch schon welche, hab ich auch schon welche. Ah, ist doch keine Herausforderung mehr hier. Ah, ist doch keine Herausforderung mehr hier. Ähm, ich habe übrigens, äh, mir einen Link abgespeichert. Da stehen, äh, Daten drauf für das Winter Event. An welchem Tag, für welchen Zeitraum man was hier farmen kann. Äh, diese Zeiten würde ich versuchen einzuhalten. Bei manchen Sachen kann man wirklich sehr viel anfangen. Kannst du Rosen farmen, Schokolade, äh, Sechseck Truhen, Mondlichtruhen und die kannst du alle je nachdem teuer verkaufen. Dass man hier nicht über Zäune springen kann, ey. Ja, kannst du, äh, bei Minecraft auch nicht. Ach, jetzt kann ich mir auf dem Boden vor dem Baum vorn und dann da drüberspringen. Hier, Mensch. Alpha Wolf, Alpha Wolf, alles nur Alpha Wölfe. Und Alpha Blau Wölfe. Ah, ja, aber was ist denn. hier sind hungrige rote keiler ja ich habe gerade drei rote keiler aber wir brauchen eine hungrige ja ich brauche aber auch noch rote für die reiskekse aber hier hinten ist auch ein alphablauwulf hinter dem biologen jeder zählt ja hast recht natürlich habe ich recht ich habe schon drei hungrige hier sind auch noch mehr alphablauwulf hier sind noch ein roter keiler ja genau den meinte ich dem blauwulf hättest du aber besser in Ruhe gelassen ja der lebt dann noch ja ich sag ja nichts aber doch hast du ne der jagt dich jetzt nach das blöde die sind schneller als ich da blitz doch alter übertreibe wieder ne so die alphablauwulf sind futsch deswegen den rest kannst du selber machen die roten keiler brauchst du ne ja mit der alphablauwulf ach der ist ja normaler der ist ja normaler ok die hier liegt ein krank ja ich bin grad Musiker am ausfällen schau mal du kannst es auch einsammeln ja für mich wenn wir in der gruppe sind kannst du auch immer für mich einsammeln ach so ach so das ist ja der alphablauwulf Ach, ich habe übrigens drei Socken. Puh, Peter. Pro fünf Socken kriegen wir eine Truhe? Ja, so ein Weihnachtskister, so ein Weihnachtsgeschenk. Ach, ich habe übrigens mein Dings noch nicht aufgemacht. Meine Berlings-Truhe. Zwei drin. Alles das, was neu im Inventar gelernt ist. Das liegt bestimmt daran, du erkennst das nicht, weil du dein Inventar nicht aufgeräumt hast. Da hier ist Drachen. Bexier der Sonne. Trank des Angriffs und Geschwindigkeitssonne. Na ja, da hätten wir doch Sparen können. Ja, den Trank der Sonne auf jeden Fall nicht. Das Ding hält dir hunderttausend Trefferpunkte. Äh, die habe ich gar nicht. Ja, ne, aber du kannst das Ding aktivieren, dann lädt das Ding nicht immer voll. Wenn du angeschlagen wirst. Das ist praktisch ein automatischer, ähm, Tränkewerfer, weißt du? Ja, ich hab's, ich hab's. Okay, alles klar. Dann brauchst du die Tränke nicht mehr automatisch zu aktivieren. Also mit der Taste. Dann macht das dann alles. Magic, marschwungsmäßig. Ach, weißt du, das Wochenende ist schon so gechillt, Alter. Keine BBL-Würfgaben, nix. Warte. Ja, aber manchmal keine Gedanken. Ah, ich lauf mal nach da hinten. Da sind noch ein paar Alpha-Blau-Würfe. Wenn ich die hab, hab ich meine... Jage die Plünderer durch. Ja, aber... Du hast ja keine Gedanken über Schuhe zu machen. Hast du schon Socken gekriegt? Nein... Doch, eine sehe ich gerade. Ja, man sieht das nämlich nicht. Das ist kaum von alleine dann. Ne, du siehst das schon, aber es fällt einem nicht auf unten im Chat. Ja, ich guck nie in den Chat, nie. Ja, dann fällt jetzt nicht auf, ja. So, du hast die Plünderer besiegt und vier Reiskekse erhalten. Ich hab nur drei bekommen gehabt. Du... Du... Wirst du nicht zu dem Typen zurück, aber wo war der? Ähm, direkt beim Biologen, der... Ja, okay. Ja, ja, okay. Der ist mein Biologen eigentlich. Was krieg ich jetzt? Erfahrung oder was? Nö, du kriegst jetzt mal einen Auftrag. Ja, sowas von undankbar die Typen. Pass auf, jetzt kommt bestimmt nirgendscheiß. Ja, die 60 rote Keiler. Wie viele? 60. Och, ne. Deine Belohnung waren die Reiskekse. Mit den Reiskekse kannst du dir bei denen ja später was einkaufen. 60 rote Keiler. Ich bin heulen. Sind ja nicht viele. Ich brauch auch nur noch 40. Äh, äh, hungrige oder nur normale? Nur normale rote. Ja, aber ich muss auch hungrige rote Keiler. Dann kann ich hier auch weitermachen. Du kannst ja einfach alles killen. Geil. Sieg ist übertrieben leise. Oder ich bin einfach nur taub. Geil. Welche Quests erledigen wir denn gerade? Äh. Die... Level-Quest. Die wäre? Ähm, die hungrigen roten Keiler. Ach, brauch ich noch 4 Stück. Hier ist schon wieder so ein Portal. Ich kann mal was gleiche aber schon überhaupt. Ja, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Ach, das ist schon was zu lange her. Ja. Jetzt bin ich hier tausend rote Keiler, aber keine hungrigen. Das ist doof. Warum? 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 Ja, warum ist das doof? Ja, ich brauche hungrige rote. Du brauchst rote. Wie scheiß Reiskekse. Ach. Ach, ja genau. Aha. Ach, ja genau. Oh, ne. Das ist ein Grisly-Beer. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Bist du immer noch Level 10? Ähm, ein Moment. Ja. Ja. Was fehlt noch? 12.000. Ich weiß nur nicht, wieso du immer so schnell noch Level-ups kriegst. Vielleicht, weil ich alle Mobs töte, die immer über dem Weg laufen die ganze Zeit. Gut, dann mache ich das ab jetzt auch. Ich wäre immer klug, das zu machen. Wir werden bald. Ähm, auch ein bisschen auf die Aufträge... Ähm... Weinen. Und, äh... Werden dann auf die Map 2 gehen. Und da die Weiße Eid Leute killen. Und uns mal kurz... zu Leveln. Und dann... weiterzumachen. Wann schlägst du vor? Sollte dieser Zeitpunkt sein? Dann, äh... Dann, wenn ich mir sicher bin, dass wir die schaffen. Hauptsächlich. Weil du bist dafür da, die dann alle anzulocken. Also langsam krieg ich einen Abdreher. Ich kämpfe gegen hungrige Grisly-Beers und die gehen einfach nicht tot. Ja, damit wir jetzt noch 40, es könnten so mehr stecken. Ich bin jetzt, die Stuck. Ja, ja, ja.